Ich bin der Christus, ich bin Gottes Sohn und Ruhe im heiligen Heim unseres Vaters, im ewigen Himmel, inwendig, in mir. So will ich Christi Sicht nun annehmen, in der Erinnerung an dich, Gott, und deiner liebevollen Gedanken an mich und deiner immerwährenden Antwort der Liebe und des Friedens. Ich treffe die Entscheidung, mit dir, Gott, zu gehen und bitte den Christus in mir um Hilfe als mein wahrer Freund. So will ich mich heute für einen glücklichen Tag entscheiden, voller Freude und Dankbarkeit, in der Ausdehnung unseres mächtigen, vereinten Geistes. Damit das letzte Urteil vergehen möge. Danke, Christus. Danke, Gott. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Jetzt trete ich noch weiter zurück und verneige mich zutiefst vor all den Heiligen, dem einen selbst in mir. Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020